Hallo, mein Name ist Anja. Alle Lebewesen sind aus Zellen aufgebaut. Zellen sind die kleinsten, selbstständig lebensfähigen Einheiten, die sogenannten Grundbausteine des Lebens. Pflanzenzellen sind meistens von einer festen Hülle der Zellwand umgeben. Diese besteht überwiegend aus Zellulose und verleiht der Zelle ihre starre, äußere Form. Die Zellwand mit ihrem inneren Teil, dem Plasma-Lämmer, umgrenzt das Zytoplasma, das Mineralsalze, Zucker und Farbstoffe enthält. Das Zytoplasma ist eine galärtartige, köpfe. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com – gute Bildung zu Hause!